Oh, Drei-Sterne-Blitzer eben noch mitgenommen. Nice. Das ist... Nein! Och, nee! Gibt's doch gar nicht. Hier ist nicht mal ein Schild. Schöner Wall-Grant. Über die Brücke? Nee, an der Hauskante voll den Tony Hawk gemacht. Ich hab gar keinen Sound zu dem Video, was hier läuft. Auch gut. Okay. Ich hab Radio im Hintergrund laufen. Hast rein. Ja, Radio läuft bei mir auch im Hintergrund. Ich hatte aber keinen Zug. Ah, schönes Auto. Countouch. Touch, touch. Touchi, touch. Und der Alte. Ja, der hat noch was Ähnliches wie Diablo SV. Mhm. Du bist im Team Blau Schlagefahrer. Gut in Deutsch. Gut in Deutsch. Der hat einen Waggon verloren. Ja, das war keine optimale Linie von mir. Ich weiß nicht, ob Sie die Anhänger einfach abhängen dürfen. Aber das verschafft Ihnen definitiv einen Vorteil. Was denn? Ich hab dich links erwartet. Ich hab links Platz gelassen. Auf einmal kommst du. Sorry, rechts. Ja, ich bin innen rein. Ach, du fährst ja in den Cockpit, ne? Ja, ja. Deswegen seh ich das nicht. Ja. Hoppla. Äh. Okay. Mami, ich hab doch Angst im Dunkeln. Spectacular. Mich hat's weggedreht bei der Landung. Also musst du Fahrer schlagen. Ja, ich weiß doch grad nicht wie, weil der Zug schneller ist. Ah, der bremst natürlich kurz vorm Ziel ab. Ja, ja. In jedem Schaufel. Ja, ich glaub, die sind gescriptet, sodass du auf jeden Fall gewinnst. Das heißt, wenn du rückwärts fährst, fährt der Zug auf einmal auch rückwärts wahrscheinlich. So instant. Hast du wenigstens Fahrer noch geschlagen? Ich hab gerade jemanden auf die Fresse gehauen, ja. Dass du langsam erfährst. Genau. Ja, ich hab ihn ganz knapp um 50.000 zu geschlagen. Okay. Alles gut. Sehr schön. Aber exakt 50.000 zu. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Ja, doch. Ja, Daily ist durch. Okay. Ja. Stehst du unten im Bach oder was? Ja. Kann man das im... Kann man das im... Ich versuch's einfach mal. Mal sehen, was passiert. Läuft bei dir ein Timer ab? Ach, jetzt. Ohne Regen kein Segen. Ja, keine Ahnung, was er das... Also wahrscheinlich die Spielplatzspiele, die ich so... ...überhaupt nicht mag. Ja, hast du jetzt, äh, Dings gestartet. Spielplatz. Ja, dann müssen wir ja machen, ne? Dann lieber jetzt zusammen als alleine, weil alleine hab ich ja gar keinen Bock drauf. Äh, ich hab kein Interface, gar nichts. Ich auch nicht. Ich hoffe, dass das jetzt gleich Orchon kommt. Äh... Ich hab keinen Wagen. Ich hab die Wahl, es gab zwischen einem Subaru und einem Subaru. Ja, ich hatte noch keinen Subaru. No. Hast du wahrscheinlich mehr, äh, Lotterieglück gehabt. Oder hast du schon nie gekauft? Nee, gekauft nicht, dann ist das Lotterieglück gewesen. Auch wenn ich das nicht in Erinnerung habe. Aber ich hab noch keinen. Ich brauch da ein Mietwagen. Was hast du denn jetzt gemacht? Spielplatz, Dinger. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt ist, was da jetzt kommt. Überleben, okay. Ich weiß auch nicht, ob man die gewinnen muss oder ob man die einfach nur abschließen muss. Also ich schätze mal nur abschließen, gewinnen musst du die nicht. Es geht ums Überleben. Wie bei einem normalen Auto-Zombiefilm. Aber mit Teams. Infizierte müssen das andere Team infizieren. Überlebende müssen überleben, bis die Zeit abläuft. Okay. Zwischenrunden wird getauscht. Wer die Infektion schneller verbreitet, gewinnt. Kapiert? Also wir sind überleben, wir müssen uns von den Infizierten, ja, wir kennen das ganze Gegröße, ja. Meide die Zombies. Ja, meinst du? Sehr gut. Ich hab mich direkt festgefahren. Oh, shit. Was denn? Scheiße. Ja, ich hab's schon verschissen. Ich bin in diesen Spielen absolut trottenschlecht. Oh. Oh, falscher Gang. Was ist denn, letzte Nacht dahinten? Ja, gut. Ging jetzt schnell. Gott sei Dank. Ja, jetzt sind wir direkt Infizierte. Ja, jetzt müssen wir die anderen töten. Los, Team Infizierte. Jagd die Überlebenden. Hm, leben gerne. So, einer fährt doch bestimmt hier hoch. Ja. Ich war ganz knapp dran vorbei. Ich fall runter. Ach, hi. Das bist ja du. Mann, wir sind so gut. Wo ist der? 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 Warum endet die Veranstaltung schon in einer halben Minute? Was soll das? Oh, ich raff das Spiel nicht. Noch ein Überlebender für die Infizierte Horde. Ich hab einen infiziert. Ist das egal, ob ich das gewinne oder nicht? Ich mag die Spiele nicht. Ja, geht mir genauso. Ich hasse das. Aber wir haben gewonnen. Nee, wir haben verloren. Nee, wir haben verloren. Ja, ja, komm. Weiter, weiter. Ich hoffe, es kommt kein Capture-Unfledger oder was. Es kommen jetzt alle Spiele. Ach, du Scheiße. Es kommen alle Spiele. Oh, dieses Capture-Unfledger, das ist so ruhig. Ja, das ist... Vor allem, du kannst nicht stehen bleiben. Nee. Wenn die Ladezeiten länger dauern, als das Spiel selber. Ja, ja. Team König. König, ja. Ach, wir einigen uns darauf. Alle Spiele sind scheiße. Ja, ja, ja. Das ist Team König. Jetzt erklär es mir doch nicht noch. Ich weiß, was das ist. Nee, nee. Ja, der gewinnt. Du bist ein König. Gib Gas und halte die Krone fest. Was? Ich bin der König am Anfang? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wir beide sind König. Mhm. So, ich brauche mal einen Teamkollege hier. Ich habe einen Begrenzer drin. Leute. Jungs, wo seid ihr? Natürlich bleibe ich am Pfosten hängen. Oh, diese Kiste ist so räudig, ey. Ich habe den doch berührt. Danke. Ey, ich fahre nur gegen Bäume oder so. Das Problem habe ich auch. Vor allem, ich, wenn ich erst mal stehe, ich komme nicht vom Fleck. Ja, nee. Jungs. Ja, nee. Jungs. Helf mir. hier hinter dir ist darauf oder so danke ok, da haben wir es auch wieder ups, sorry wo bist du? oben drauf, aber hier kommt so schnell keiner hin ok ich finde gerade die blauen könige nicht ah, ich habe ihn gefunden ist eine etage tiefer als ich ah, ich habe die Krone, ja scheiße ist das irgendwann mal vorbei? unten läuft ein Timer ab rechts ernsthaft, warum fährst du mir in die Karre? mein Gott ist der doof da kommt man nicht lang hey, sag mal, bist du eigentlich geht doch ich glaube, das haben wir verloren im letzten Moment, wa? nö, nicht mal das haben wir deutlich verloren was? wo haben die jetzt die Zeit hergeholt? äh weiß ich gar nicht wir waren gerade irgendwie im Vorteil mit der Zeit nee, wir waren die an Zeit und wo du Dings oh, da habe ich falsche ja oh 2019er TRS gewonnen schön das sind ja nur noch drei Spiele Capture the Flag müsste das noch sein ich weiß gar nicht, was es noch gibt sind es wieder fünf Stück oder was? ja, fünf Stück sind es leider Capture the Flag ich habe keine Ahnung ich weiß, warum das Team Rot verliert warum? die haben uns drin bitte was? die haben uns beide drin ach so, ja, ja, du hast es kommen sollen vor allem, der dieser Mitsubaru, der ist so kacke meiner ist nicht besser, weil es auch ein Standardwagen ist bis der aus dem Knick kommt mhm wenn der steht das dauert ewig da Flaggsch Flaggsch äh, Flaggscherse Cap ja Freude kommt auf zurück zur Punktezone eine Flagge jetzt steck sie hinten ins Netz oder umsonst wo hin echte ja oh, das war close eine Flagge ein Punkt schön aber das reicht nicht Baum olm des an und anh Nein! Boah, die campen, die Schweine, ey. Ja, ja. Also, ich hab schon drei Flaggen rübergebracht. Nice. Ja, die krieg ich aber, die nächste krieg ich nicht mehr. Ja, drei Sekunden, schau ich nicht mehr. Nope. Schade. Bist du mal im Kreis gefahren, oder was? Ja, ich bin mal im Kreis gefahren. War relativ simplisch. Na, jetzt müssen wir halt die... Tja, wie machen wir das jetzt? Campen ist, glaube ich, nicht so doll. Ja, du musst hinten am anderen Platz campen. Am Abgabeplatz. Äh, da haben wir noch gestartet. Oder nicht? So, der fährt so schnell, wie wir uns würden. Der steht. Ja. Warte mal, wir sind Team Blau, ne? Ne, wir sind hier im Rot. Das muss aber jeder so eine Richtung irgendwie abdecken. Ja, der ist weg. Ja, der ist weg. Der ist weg. Ey, wie gut können die ausweichen, Mann? Tja, wo fährst du jetzt hin? Das ist so ein Zentimeter von mir, zieht er weg. Auch weg. Läuft bis so her jetzt ganz gut. Ah, jetzt kommen sie alle wieder. Naja, scheiße. Scheiße, Millimeter. Ah, gut, der wurde aufgehalten. Und der fährt auch nirgendwo hin. Ne, ne, freut sich, du bleibst hier. Der kam von oben easy ran, weil da keiner stand mehr. Oh, nee. So. So, der kommt jetzt von rechts. Genau. Da komme ich nicht rein. Sehr gut. Ich stand ganz knapp. Ich muss ja nur noch einen halten, der jetzt von links kommt. Zwischen uns durch. Der hat einer aufgehalten, das war's. 6 zu 6. Ausgleich. Unentschieden, ne? Oh, ernsthaft. Weil die... Oh, das ist doch... Ey, das kann nicht sein, ne? Ja, wir haben verloren. Egal, Saisonbelohnung hochkriegt. Das macht aber auch keinen Spaß. Ne, das macht wirklich keinen Spaß. Das ist... Aber Gott sei Dank mussten wir nur 3 von 5 machen. Ja, ja. Ja, ohne Regen kein Segen abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Das haben wir nur noch... Ja gut, Battle Royale, das können wir nicht zusammen machen. Äh... Oh, man auch nicht. Dann haben wir... Horizon Arcade haben wir noch offen. Was ist das denn? Das ist halt so... Du hast einen Punkt auf der Karte, da versammeln sich alle und dann gibt's so Aufgaben. Ach, das war das. Wie zum Beispiel Driften, äh... Stimmt. Schaffeln in 10 Minuten 50 Millionen Punkte. Stimmt. Der Hammer gerade nicht auf der Karte. Ne, war voll auf der Karte. Ja. Ja, ich würde sagen, für heute reicht es. Mhm. Den... Rest müssen wir... Aber hier sind noch verdammt viele EP-Schilder. Wo ich stehe. Oder wo wir stehen, vielmehr. Eins ist hinter mir. Okay. Ich hab hier noch jede Menge. Ich weiß nicht, wo wir sind. Bis auf das eine hab ich die wohl alle geholt. Davon geh ich aus. Ich vermute mal, dass die irgendwie jetzt oben drauf sind. Ja, das fehlt mir auch gerade. Ach, da, ein Fünfer. Hui. Und dann da vorne noch. Die anderen hab ich alle schon. Das müsste oben drauf sein, schätze ich mal. Ja, ein Dreier. Da hinten links, das nehm ich mir noch. Wenn man schon mal hier ist. Ja, klar. Und nochmal ein Dreier. So, dann haben wir da hinten noch eins. Und da... So, diese Ruhmeshalle. Muss man die wann wachen? Level 75 kriegst du automatisch... Nee, nee, bis wann? Bis wann? Ah, das ist keine Daily. Das ist... Okay, dann hab ich auch nur noch die Woche Zeit, ne? Oh, dann muss ich die Woche ja richtig zocken. Oh je. Oh je. Oh, du hast doch gesagt, es gibt einen neuen Drohnenmodus und Creative Hub. Ja. Und ich zieh mir jetzt diese geile Driftzone rein. Oh, dieser Subaru, komm, der geht mir um Kekse. Kann ich mir wahr sein, ne? Oh, ich spawne nicht direkt hier. Nice. Ja, das ist überhaupt nicht nice. Wo startet die denn? Das ist der blöde Nebel, du siehst nichts. Ah, das ist cool. Wenn du die mit der Drohne entdeckst, wird sie markiert. Ah, okay. Das heißt, der orange Bobble ist weg und du hast dann das Symbol auf der Karte, wo die Scheune genau ist. Das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, das war ein mieser Start in die Zone rein. Machen wir nochmal. Ich hab dich hier in der Driftzone bei ihm geschlagen. Ja, kein Wunder. Keine große Kunst, also. Oh, Stufe 81. Da schlägst du mich so schnell nicht. Nee. Was ich heute in Horizon 4 gesehen habe, das ist... Ja. Bis Ende des Spiels gehen viele Level ins Land. Ja. Also bei Horizon 4 war es knapp an den 200. Boah, schon wieder so ein mieser Start. Ich fühle mich so blöd, in die Zone reinzufahren. Oh Mann, ey. Oh, das ist nicht gut. Ja, das war dann schon. Ein Versuch. Wow. lasst uns bei 130.000 ist egal jetzt warte ich noch bis der zähler darunter zählt hast du den honig genommen oder was hast du noch drift umgebaut nö immer noch aufraud aber den kannst du so gut driften hey und schon wieder acht punkte juhu könnte ich da eigentlich die automeisterung vollenden oder 10 20, na guck mal dort nehme ich dort nehme ich was das hier der fähigkeit ich habe den hunigen jetzt schalte einen ausmeisterungsplan vollständig habe ich gemacht sehr schön so würde ich sagen machen wir feierabend vor heute ich habe gerade meine 134 tafel geholt sehr schön in diesen weisen worten verabschieden wir uns von dieser wunderschönen aufnahmesession die jetzt auch schon wieder etwas über drei stunden geht ich hoffe ich hoffe jetzt spaß bis zum nächsten mal in diesem wunderschönen spiel tschüss 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 tsch